Ich glaube, dass es doch ganz angenehm ist, uns Männer zu haben. Ein anderer Geruch, ein anderer Körper, eine andere Stimme, die Illusion, einen Beschützer zu haben. Denken Sie daran, dass der Verstand Ihr bester Muskel ist. Große Arme können Felsen versetzen, aber große Worte können Berge versetzen. Fahren Sie mit dem Gehirnzug zum Erfolg. Im Leben geht es nicht darum, wie viele Schläge du einstecken kannst. Es geht darum, wie viel du einstecken kannst und trotzdem vorwärtskommst. Einmal im Leben für einen sterblichen Augenblick muss man nach der Unsterblichkeit greifen, sonst hat man nicht gelebt. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Ich liebe Deutsche, sie sind intelligent, kultiviert und haben Sinn für Humor. Versagen bedeutet, dass man wieder aufstehen und es noch intensiver versuchen muss. Ich habe die wahre Bedeutung von Liebe gelernt. Liebe ist absolute Loyalität. Menschen vergehen, Aufsehen vergeht, aber Loyalität vergeht nie. Man kann sich so sehr auf bestimmte Menschen verlassen, dass man seine Uhr nach ihnen stellen kann. Und das ist Liebe, auch wenn sie nicht sehr aufregend erscheint. Die Filme sind realistische Fantasien. Kugeln sind einfach, man kann sie kaufen. Emotionen sind es nicht, sie sind unbezahlbar. Bedenke die Quelle. Sei kein Narr, indem du auf einen Narren hörst. Kugeln sind einfach, aber die Alten nur mit der Aufgenommenen Stfiction-Kolle. Oder mit der Aufnahme. Bedenken. Wie ist die Alten? Und ein Kind aller ist, was man hat das, was man sich selbst auch noch nicht wirklich zu tun. Ich bin echt und sicher.